572 Pflichtspiele in Schwarz-Gelb, unglaubliche 159 Pflichtspieltore und das als Mittelfeldspieler. Darunter drei extrem wichtige Treffer in den Relegationsspielen gegen Fortuna Köln und ein unvergessener Viererpack gegen Uerdingen. Meister, Pokalsieger, Champions League und Weltpokalsieger, mehr geht nicht. Michael Zorc hat Borussia Dortmund geprägt wie kein anderer. Erst als Spieler, dann als Sportdirektor mit seinem feinen Näschen für die richtigen Transfers. Mit einigen Meilensteinen seiner sagenhaften Treffsicherheit gratulieren wir zum 60. Geburtstag. Happy Birthday, Michael Zorc! Köln und Weltpokalsieger, die aus der W��te und die이에요 seine Hilfeibilität. Alles die Einweiter Elise zu sein. Freizei,ệke Somonenten. Supernot Por那ig? Und das ist Torch! Hey, wer hier 60 Jahre wird, kann ich dir sagen, er ist der Mann, der ich auch Gott bedanke, warum ich zu Borussia gekommen bin, Gott hat immer einen richtigen Menschen in meinem Leben gemacht. Und Michael war einer, ich weiß, sein erster Transfer oder sein erster Fehler. Nein, das hat mir, Gott sei Dank, richtig gut funktioniert miteinander. Das war für mich ein Vorbild. Bist du immer noch, wo du jetzt in Renta, wie ich damals schon, wo du immer gesagt hast, wo ich gespielt habe und trotzdem in Renta war. Aber Michael hat Spaß zu sein und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund, genieß das mit seiner Familie, jetzt seine Renta. Du bist ein toller Mensch, hast vom Verein so viel getan, so viele Jahre. Hast du verdient. Meine großen Kompliment und danke von allem. Mein Golfpartner wird 60 Jahre. Man mag es kaum glauben. Die anderen beiden Gegenden, die wir immer spielen müssen, die sehen so aus, aber die sind es noch nicht. Ich wünsche dir natürlich alles Liebe, alles Gute. Wir führen übrigens 11,5 zu 1,5 zu deinem heutigen Ehrentag und wünsche dir natürlich eine schöne Feier und die werden auch weiter verlieren, die Blinden. Das ist aber heute nicht so wichtig. Heute ist wichtig, dass ich dir gratulieren soll und darf zu deinem Ehrentag. Alles Liebe und Gute. Bleibt gesund. Bis bald, der Novi. Ja, 60 Jahre ist schon ein Brett für jemanden, der so eitel ist wie du. Ist das natürlich eine stolze Zahl. Auf der anderen Seite tust du ja mit deinem Essverhalten alles dafür, dass du immer deutlich weniger Verhalten haben wirst als ich. Insofern siehst du blendend aus für 60 und hast auch jetzt mittlerweile die Gelassenheit. Und braun gebrannt mit kurzer Hose war das letzte Mal bei mir im Büro, da habe ich dich beneidet. Und ich hoffe jetzt einfach, dass du einen tollen Abend hast. Wir haben wunderbare 18 Jahre zusammen verbracht. Das waren großartige Zeiten und es hat immer riesen viel Spaß gemacht mit dir. Und pass auf dich auf, bleib gesund, lass dich von deiner Familie pflegen, nicht unterkriegen. Und am Ende des Tages freue ich mich jedes Mal, wenn du in Dortmund bist, wenn du zu mir reinkommst, wenn wir ein bisschen über die alten Zeiten reden können und vielleicht auch mal ein bisschen über die neuen. Und ich freue mich jedenfalls auf die nächsten Begegnungen mit dir, lieber Michael. Alles, alles Gute zu deinem 60. Geburtstag. Ich habe gesagt. Und Michael Zorc. Das ist ja toll. Michael Zorc in der 34. Spielminute. Gute. Musik Untertitelung des ZDF, 2020